Musik Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Wir sind daheim. Wir haben die Brücken hinter uns abgebrochen, sind gestern gelandet. Ja, jetzt kommen wir nach Hause in unser Tal. Diesen Kreisverkehr haben sie neu gemacht. Der Tunnel scheint noch nicht geöffnet zu sein, der unter Sao Joche hindurchführt nach Ako der Sao Joche. Aber das tangiert uns eigentlich gar nicht, denn wir fahren ja eh hier in unser Tal runter. Ah, schön, diese Umgehungsstraße dann, dann haben wir noch weniger Verkehr. Ja, und so langsam wird die komplette Nordküste dann erschlossen mit einer Autobahn. Ja, auf dem Grundstück hat sich in den letzten Wochen auch ein wenig was getan, das werden wir euch zeigen. So, es haben schon die ersten Arbeiten stattgefunden. Ja, dann nehmen wir euch mit auf das Grundstück. Bis gleich. Ja, es hat sich viel getan hier. Die Arbeiter sind da und hier werden wir uns noch etwas einfallen lassen müssen. Ach, hier ist ja eine Tür drin. Ich gucke mal, ob dazu ein Löffel passt. Das wäre gut zu wissen. Hier sind die alten Sachen aus der Wohnung. Ja, hier sehe ich schon Schaufeln, glaube ich. Ja, sehr schön. Davon werde ich gleich eine annektieren. Werkzeug. Ich darf 10 Minuten losziehen. Ja, dann wenn wir da... Ich gehe jetzt mal dahin auf die Kamera drehen. Wenn wir da das Schloss auswechseln müssen, dann kommen hier die Sachen rein. Okay. Tja. Können wir Maria Florencia fragen, ob sie dazu noch einen hat. Ja, hier die Schränke, alle im Müll. Alles einfach weg. Die Gardinenstangen auch, würde ich sagen. Schauen wir jetzt mal kurz durch, ob sie irgendwo noch etwas Hübsches machen. Das machen wir, glaube ich, wenn der Container für den Müll da ist. Ja, ja. Ja, dort kommt dann die Garagentür hin. Ja, dort haben sie ja ein Loch gemacht. Aha. Ja, das sieht aber irgendwie nach Strom oder so aus, also komplette Stromleitungen und sowas. Danach sieht das aus, wir werden es sehen. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Der Deck hat auf jeden Fall nicht gelitten, auch keine Feuchtigkeit. Hier sind ein paar Spannungswässer vom Putz. Okay, das sind auf beiden Seiten diese Risse. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Ja, weil die haben da, entweder ist das eine Pumpe oder das fließt aus einem Becken in dieses Fass dort oben. Dort haben sie jetzt einen kleinen Schlauch drin und der Schlauch führt nach oben. Ja, dann gehen wir mal zum Haus hoch. Hier unser Briefkasten, dort erkennt man unsere Sündnamen nicht mehr. Ja, da hat sich viel getan. Hier, diese Pflanzenecke ist komplett weg. Wir brauchten sie den Platz, um die Baustelle hier zu eröffnen. Hier hat sich was getan, oh Mann. Ja, und dieser Schlauch dort, der kommt von da oben, also schätze ich mal aus dem Wasserbecken. Aber das schauen wir uns gleich von oben nochmal an. Hier kommt der antiseptische Tank. Wie ihr seht, es gibt haufenweise zu tun, haufenweise Arbeit, wartet ihr auf uns. Die Treppe ist echt schön. Und dann kommt dann die Tür in die Garage. Wahnsinn, wirklich schön geworden. Wirklich schön geworden. Ja, ich denke nicht. Ich habe den nicht so gleich so gestritten. Ich eigentlich auch nicht. Ich eigentlich auch nicht. Aber die haben natürlich direkt schon ausgegraben für den antiseptischen Tank hier und dann haben sie dieselbe Breite beibehalten. Und hier ist der Schlauch, der das Wasser liefert. Ja, der kommt von da oben. Oder ist das? Ne, das ist schon der Schlauch. Damit sie Wasser haben, um den Zement zu mischen. Und was ist das hier für ein Schlauch? Das ist alles schon trocken. Da haben sie auch noch einen Schlauch. Hier haben sie dann die Steinmauer eingerissen, um dann mit dem Bagger hochzukommen. Und da oben Bananen. Ja, schauen wir uns jetzt mal an, wir gehen mal nach oben, würde ich sagen. Mal eine kleine Generalaufnahme machen. Gehen wir mal nach oben gucken. Hier diese Treppe, die kommt weg. Bei der nächsten Phase des Baus. Hier hat es gewuchert, das ist krass. Ja, hier werden wir uns noch mal kämpfen müssen. Ja, und dann sind wir wieder hier. Das kommt natürlich auf, alles weg. Viel zu tun, viel zu tun. Also wir sehen das jetzt hier auch zum ersten Mal, genauso wie hier. Ja, hier wo die Bananen waren, wurde jetzt jede Menge Aushub abgeladen. Das war so geplant, denn diese fruchtbare Erde wollten wir nicht abtransportieren lassen. Diese Steine dort müssen wir gucken, wofür wir die brauchen können. Aber die Erde werden wir verteilen, mit Mistanreichern und dann auf das Grundstück verteilen. Ja, Schatz, da sind wir wieder. Ja, wir müssen ja auch da wieder die Mauer aufbauen, wo jetzt der Bagger drauf gefahren ist. Da stehen noch die Ananas, mit einer kleinen Ananas-Opensistik. Für die müssen wir auch einen besseren Platz suchen. Ja, da gibt's Arbeit, Leute. Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Die Arbeit geht los. Da wollen wir mal gucken, was die Leute so fabrizieren. Die Presslufthema gehen schon ab. Ja, gehen wir mal gucken. Ja, haben sie schon abgestützt alles, weil das Zeug wird natürlich runterfallen. Okay. Ja, hier geht die Post ab. Ja, gehen wir hier mal rum. Ja, hier geht die Post ab. Klassen raus. Klasse. Ja, die geben Gas, krass. Ja, hier war gestern noch das Dach und jetzt sieht das krass aus. Die geben hier Gas, heftigst. Ja, wenn wir mal kurz unseren Architekten anrufen und gucken, was abgeht. Ja, die brechen jetzt das komplette Dach ab und dann kommt der nächste Stock dran. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.